Natürlich immer. So, da bin ich wieder. Das können wir heute die ganze Nacht durchführen. Alle 10 Minuten ein neues Livestream. Weil es meiner immer abkackt. Unglaublich. Aber ich gebe nicht auf. Puh, wow Goldstein gemacht. Okay. Das war totales Chaos dafür. Da standen noch relativ wenige. Mal sehen wie lange wir jetzt live bleiben. Schon wieder Li Shang Tower, ey. Was will ich mit Li Shang Tower? Boah, ich will Dorado. Oder... Oder Pusan. Jetzt. Ja. So bekam ich auf jeden Fall keine neue Zuschauer. Ey, das ist doch totaler Dreck. Das ist einfach nur Dreck, was jetzt das ist. Absolut. Gut. Machen Sie sich bereit zum Angriff. Wählen Sie Ihren Helden. Wählen Sie Ihren Helden. Ein Healer. Okay. Lucio. Lucio sehr gut. Im Totalkaus. Ja. 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 Das war's Hobby. Mein Drachengeist, du bist dran. Ich weiß nicht, König. Der ist genau das. Recht zuzuschăt! Jetzt suchen wir uns mal an einem neuen Heizkopf. Hallo. 5, 4, 3, 2, 1, 1, beginnt. Deskortieren Sie die Fracht Ihrem Ziel. Warum? 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 Warum tust du mir das an? Und damit. Stirr, stirr, stirr. Vorsicht, Sperrgebiet. Oh, Kamio. Hmph! Du bist so großartig. Du bist so großartig. Du bist so großartig. auf die Position. Zurück fühl. Julieiri, Wünsch. EAY! Das ist ein Litz. Okay, 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 okay. Tut mir leid, das ist ja einfach nur pixisiert, aber es macht überhaupt keinen Sinn mehr, bitte. Glaub nicht. Ich... Nein, ey, warum? Was ist das? Fick mich doch, Mann. Jot no me. Scheiß dumm, ey. Nein, ich hab keinen Bock mehr. Ey, tut mir leid, Leute, aber ich kann so echt nicht mehr streamen. Ihr werdet einfach nur, äh, Pixisieren, ey. Unglaublich, ey, das kotzt mich gerade so hart an. Tut mir leid, Leute, aber heute geht das nicht mit dem Stream. Ach, warum? Es kotzt mich so hart, tut mir leid, Leute, aber ich kann nicht anders. Es funktioniert einfach nicht heute. Vielleicht klappt es morgen. Ich hoffe, dass es morgen klappt, ey. Dann werde ich, äh, morgen, äh, sobald ich nach Hause komme, so früh wie möglich streamen und dann bis 12 Uhr Mitternacht oder so. Keine Ahnung, aber... Wieso? Wieso heute, ey? Ich wollte heute machen und morgen vielleicht Pause. Keine Ahnung, aber, ey, so kann ich nicht streamen. Tut mir leid, Leute. Bis, bis, bis ein andermal. Bis, 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 bis